Das irrt nicht voll, das wird nicht voll im Arsch. Also vom Bitterbiet. Ja, jetzt mit dem frischen Wind, ne? Ach, ja. Fauler nicht zu überbieten, ey. Ich hab mich auch verworfen. Langsam hinten, Schatz. Hallo, hey. Weißt du, was die in Wirklichkeit machen? Die Enten gehen überall vorbei, schnappen sie von zu knabbern und dann holen sie wieder ab. Ich hab hier richtig gut. Guck mal, da oben sitzt man da los hier. Weiß da hinten? Guck mal, da oben sitzt man da los hier. Guck mal, da oben sitzt man da los hier. Und was sonst, ne? Ja. 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 Ja, hab ich auch schon gesehen. Okay. Da steckt sich der blöde Sack für die Tierscheiß. Komm mal, mach jedes Mal. Findet ihr Tio? Ja. Ja. Fantastisch. Tierhinterbaum. Kann man auch mal machen, ne? Ja. 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 Haben sich die Erleitung bestimmt im verhanden Jahr gelohnt. Ja. Ja. Was ist jetzt? Ja. 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 in dieser boden ist auch schwierig ja, wir gehen gleich geh mal mit Lina komm schnell zeig dir was